An der Peripherie einer großen Stadt, wo eine laute Autobahn das Zentrum mit den Vororten verbindet, passiert ein rätselhaftes Ereignis. Mediziner, die ihren Aufgaben nachgehen, bemerken etwas Ungewöhnliches an der Ausfahrt der 476. Autobahn. Dort steht ein Auto, als ob es in Eile verlassen wurde. Der Motor läuft, die Scheinwerfer leuchten, das Radio spielt. Die Fahrertür ist offen, aber im Inneren ist niemand. Diese Szene alarmiert zufällige Zeugen und bald trifft die Polizei ein. Während Sie den Tatort untersuchen, entdecken Sie einige beunruhigende Details. Vor dem Auto auf dem Asphalt befindet sich ein noch nicht getrockneter Fleck unbekannter Herkunft. In der Nähe liegt ein Stein mit denselben Spuren. Ähnliche Spuren finden sich auch am Zaun neben dem Auto. Der Spezialist für die Analyse solcher Szenen, Dale Jäger, vermutet, dass der Besitzer des Autos auf plötzliche Schwierigkeiten gestoßen ist. Seiner Meinung nach geschah alles sehr schnell. Jemand griff den Fahrer unerwartet an und verschwand dann schnell mit ihm. Darüber hinaus entdecken und fotografieren die Ermittler einen Reifenabdruck neben dem Auto. Diese Spur könnte zu einem wichtigen Beweisstück in der Untersuchung werden. Der Beweismittelspezialist fertigt eine Kopie eines wichtigen Details an, die zur weiteren Untersuchung in das regionale Labor geschickt wird. Das Fahrzeug ist auf Gail Willard registriert, aber in dieser Nacht wurde es von ihrer Tochter, der 22-jährigen Amy Willard, einer hoffnungsvollen Sportlerin der George Mason University in Virginia, gefahren. Amy besuchte ihre Familie, die in der Nähe des Fundorts des Fahrzeugs lebt. Amy sagte ihrer Mutter, dass sie eine Einrichtung namens Smoky Joe besuchen wollte. Laut einer Freundin verließ Amy die Bar allein gegen halb zwei in der Nacht. Gail Willard. Ihre Mutter bemerkte, dass ihre Tochter noch nie zuvor in Smoky Joe gewesen war und während ihrer Besuche zu Hause selten ausging, sondern es vorzog, Zeit mit der Familie zu verbringen. Der Zustand des Fahrzeugs lässt die Ermittler an einen möglichen Zwischenfall auf der Straße denken. Während Gail Willard das Auto inspiziert, bemerkt sie neue Schäden am hinteren Stoßfänger, die vor Amys Fahrt nicht vorhanden waren. Die Frau meldet dies sofort der Polizei. Es wird vermutet, dass es an der Kreuzung an der Amy von der 476. auf die erste Straße abbiegen wollte, zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug kam. Laut dieser Version könnte Amy am Straßenrand angehalten haben, um Informationen auszutauschen, wonach es zu dieser mysteriösen Situation kam. Am nächsten Morgen, etwa einen Kilometer vom Fundort des Autos entfernt, werden Kleidungsstücke und Schuhe gefunden. Die Polizeibeamten bringen die Funde sofort zu Amys Mutter zur Identifizierung und die Frau bestätigt, dass die Sachen ihrer Tochter gehören. Was erstaunlich ist, dass auf der gefundenen Kleidung keine Schmutzspuren vorhanden sind. Sie ist vollkommen trocken, ebenso wie die Schuhe. Das erscheint den Strafverfolgungsbehörden merkwürdig, angesichts des jüngsten Regens. Es wird vermutet, dass diese Gegenstände erst nach dem Auffinden des Fahrzeugs abgelegt wurden. Dies deutet darauf hin, dass jemand zum Tatort zurückgekehrt sein könnte, um Beweise zu beseitigen. Die Ermittler untersuchen sorgfältig die Aufzeichnungen von Überwachungskameras in Geschäften und Geldautomaten in der Nähe der Bar Smokey Joe. Aber Amy taucht auf keiner von ihnen auf. Und dann fällt den Strafverfolgungsbehörden ein unerwarteter Hinweis in die Hände. Amy Willards Auto wird verlassen an einer Autobahnausfahrt in einer kleinen Siedlung gefunden. Nachdem Amy Willard den Kontakt abbricht, bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Hilfe. Einer derjenigen, die sich melden, ist der 23-jährige Andrew Buck. Er berichtet, dass er in jener Nacht auf der Autobahn 476 unterwegs war und etwas Verdächtiges in der Nähe ihres Autos bemerkt hat. Und Scott sorgte. Die Polizei war mit Buck vertraut. Denn einige Jahre zuvor wurde er beschuldigt, sich als Vertreter des Gesetzes ausgegeben zu haben. Zeugen zufolge schaltete Buck das Sirenen-Signal ein, befahl dem Fahrer anzuhalten und zeigte dann einen Ausweis. Wissen Sie, warum ich sie angehalten habe? Fragte er diejenigen, die er anhielt. Aber an einem dieser Tage meldete einer der Fahrer ihn der Polizei, doch die Sache kam nie vor Gericht. Buck zieht sofort die Aufmerksamkeit der Ermittler auf sich, da sie vermuten, dass er ein ähnliches Vorgehen auch bei Amy Willard angewendet haben könnte. Laut Patrick Penn, einem Vertreter der US-Staatsanwaltschaft, ist die Rückkehr an den Tatort oft typisch für Personen, die rechtswidrige Handlungen begehen. Dies könnte mit Neugierde oder anderen Motiven zusammenhängen, da Verbrecher oft an wichtige Orte zurückkehren, um die Situation besser zu verstehen. Im Fall von Amy Willard entwickeln sich die Ereignisse schnell. Weniger als einen Tag nach ihrem Verschwinden machen spielende Kinder auf einem verlassenen Parkplatz in Nord-Philadelphia eine beunruhigende Entdeckung. Sie finden die Figur einer Frau im Gras liegend. Die Eltern von Amy erkennen sie an der charakteristischen Tätowierung am Knöchel. Gail Willard, Amys Mutter, teilt ihre Gefühle mit. Sie bezeichnet den Tag der Ungewissheit als den schwersten. Als die Nachricht über den Fund in Philadelphia kommt, fühlt Gail seltsamerweise Erleichterung. Nun haben die Ermittler die Möglichkeit, das Geschehen aufzuklären. Niemand konnte sie ins Leben zurückbringen, aber zumindest war sie jetzt in der Nähe, sagt Gail. Die medizinische Untersuchung enthüllt Details über Amys Zustand. Das Mädchen, 1,58 Meter groß und 54 Kilogramm schwer, verstarb nach Einschätzung der Experten gegen 7 Uhr morgens, etwa 5 Stunden nach ihrem Verschwinden. Die Ursache sind mehrere Verletzungen im Kopfbereich. Zunächst vermuten die Ermittler, dass dies eine Tat im Affekt gewesen sein könnte oder eine Situation zwischen bekannten Personen. Sie schließen auch nicht aus, dass jemand Amy verfolgt und dann versucht hat, die Ermittlungen zu verwirren, indem er Spuren an einem anderen Ort hinterließ. Die Untersuchung enthüllt ein Motiv und sie finden DNS-Proben des Täters während der Ermittlungen. Die DNS-Proben werden zur Analyse geschickt. Im Wesentlichen haben die Ermittler eine genetische Spur und nun müssen sie deren Zugehörigkeit feststellen. Der medizinische Experte weist auch auf ein ungewöhnliches Muster auf der oberen Körperhälfte von Amy hin, dessen Natur für die Ermittler unklar bleibt. Gleichzeitig untersuchen Kriminaltechniker die am Tatort gefundenen Reifenspuren. Sie gehören zu 13 Zoll Firestone, 440 Reifen, die normalerweise an kleinen Kompaktwagen angebracht sind. Der Fall mit dem Auto von Andrew Buck bringt keine Ergebnisse. Die Reifen stimmen nicht überein und die Durchsuchung seines Hauses ergibt nichts. Andrew Buck wird nach dem Vergleich von biologischen Proben offiziell von der Liste der verdächtigen Personen ausgeschlossen. Wegen fehlender weiterer Hinweise stockt die Untersuchung. Ein Jahr nach dem traurigen Vorfall mit Amy Willard gibt es einen neuen Fall. Die 19-jährige Patty Jordan berichtet von seltsamem Verhalten eines Fahrers auf der Straße. Laut ihr verfolgte sie ein Unbekannter, nachdem sie einen Nachtclub verlassen hatte. Als sie an einer Ampel anhielt, fuhr jemand in ihr Auto. Vor Schreck fuhr Patty weiter, ohne nachzusehen. Der Unbekannte versuchte sie dazu zu bringen, an den Straßenrand zu fahren, überholte sie schließlich und Patty konnte sich das Kennzeichen seines Autos merken. Es stellt sich heraus, dass das Auto dem 38-jährigen Arthur Omar gehört, der es vor 20 Jahren registriert hat. Im Jahr 1978 wurde er in Nevada wegen einer schweren Straftat verurteilt und erhielt lebenslange Haft. Überraschenderweise wurde er nach nur elf Jahren vorzeitig entlassen. Dale, ein Spezialist für Kriminalanalysen, äußert sein Unverständnis über die Entscheidung des Bewährungsausschusses. Seiner Meinung nach gibt es Persönlichkeiten, die sich nicht ändern lassen. Er hat eine 20-jährige Geschichte von Gesetzeskonflikten, einschließlich Vorfällen mit Frauen. Dale beschreibt ihn als jemanden, der eine tiefe Abneigung gegen Frauen hat und ihnen Schaden zufügen will. Die Geschichte dieses Mannes zeigt seinen Drang nach Selbstbehauptung und das Bedürfnis, sich wichtig zu fühlen. Ermittler vermuten, dass seine Taten eine Art Rache sein könnten. Die Untersuchung nimmt eine unerwartete Wendung, als sich herausstellt, dass am Tag des Verschwindens von Amy Willard die örtliche Polizei einen Landstreicher für ein Gespräch anhält. Dies geschieht nur wenige Blocks von dem Ort entfernt, an dem später Spuren des Vorfalls gefunden werden. Das weckt das Interesse der Ermittler und sie beginnen, diesen Mann für weitere Erklärungen zu suchen. Aber ihn zu finden, erweist sich als schwierig. Ein Jahr nach dem Vorfall mit Amy Willard kommt es in der Stadt zu einem Autodiebstahl. Laut Beschreibung der Geschädigten ist der Verdächtige ein gewisser Arthur Bondar, der bereits mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Aber ihn zu finden, gelingt nicht. Kurz darauf meldet eine andere Frau einen Einbruchsversuch in ihre Wohnung im dritten Stock. Der Festgenommene nennt sich Peter Thomas Love. Bei ihm werden die Schlüssel eines Honda gefunden, der in der Nähe steht. Eine Überprüfung zeigt, dass das Nummernschild auf den Namen Arthur Bohr registriert ist und zu einem Ford aus dem Jahr 1993 gehört. Weitere Ermittlungen ergeben, dass Peter Thomas Love ein falscher Name ist und es sich in Wirklichkeit um Arthur Oma handelt. Es stellt sich die Frage, warum befindet sich das Nummernschild von Oma auf dem Honda und nicht auf seinem Ford? Die Antwort ist beunruhigend. Das Auto wurde illegal übernommen. Es gehört Mary Owens, einer 25-jährigen Einwohnerin der Stadt, deren Verschwinden vor drei Monaten von ihren Angehörigen gemeldet wurde. An jenem Morgen sollte Mary zur Arbeit kommen, aber sie taucht nicht auf. Der Fall von Mary Owens wirft viele Fragen bei der Polizei auf. Sie glauben, dass etwas mit dem Mädchen während ihrer Fahrt auf der Autobahn 476 passiert. Derselben Autobahn, auf der zuvor der Vorfall mit Emmy Willard stattfand. Eine interessante Tatsache. Im Kofferraum des Autos von Mary finden sie Spuren, die getrockneter Flüssigkeit ähneln und auf dem Vordersitz befindet sich ein kleines Tier. An beiden Stoßfängern des Fahrzeugs sind leichte Kratzer zu sehen, die den Schäden an Emmys Auto ähneln. Arthur Amar zieht sofort die Aufmerksamkeit der Ermittler auf sich, da Mary verschwunden ist. Nun erwägen sie ernsthaft seine mögliche Beteiligung an dem Vorfall mit Emmy. Als er zu einem Gespräch eingeladen wird, sagt er, ich bin bereit, alles zu erzählen, was sie interessiert, aber ich bitte darum, mich nicht im Fernsehen zu zeigen. Schließlich wurden mir keine offiziellen Anklagen erhoben. Arthur Amar behauptet, dass er am Abend von Emmys Verschwinden auf einer Geburtstagsfeier und nicht in einer Bar war. Laut ihm verbringt er Zeit mit seiner Familie, obwohl später herausgefunden wird, dass es sich um eine Frau mit Kind handelt, mit der er sich trifft. Eine Mitarbeiterin der Bar widerspricht jedoch und gibt an, ihn in der Smoky Joe in derselben Nacht gesehen zu haben. Ein Jahr nach dem Vorfall mit ihrer Tochter bittet Gail Willard, die als Rettungsschwester arbeitet, darum, die Fotos von Emmys Schäden zu sehen. Nachdem sie das Bild dessen untersucht hat, was die offiziellen Stellen als Muster bezeichnen, äußert sie eine andere Meinung. Ihrer Meinung nach ist die Spur ungleichmäßig und ähnelt einem Abdruck. Nach Erhalt dieser Informationen beginnt die Polizei sofort mit der Suche nach dem Ford, dem Fahrzeug, das Arthur während Emmys Verschwinden gefahren ist. Die Ergebnisse der Suche sind jedoch enttäuschend. Ermittler zeigen Beharrlichkeit und verfolgen den Weg des Abschleppwagens. Indem sie sich an das entsprechende Unternehmen wenden, finden sie den Standort des interessierenden Fahrzeugs heraus. Am angegebenen Ort angekommen, entdecken die Strafverfolgungsbehörden einen grünen Ford, der fast ein Jahr lang auf einem Feld neben der Technik des Abschleppunternehmens stand. Diese Entdeckung stellt einen potenziell wichtigen Hinweis dar, der noch keiner gründlichen Untersuchung unterzogen wurde. Bei der äußeren Inspektion des Fahrzeugs werden leichte Schäden an der vorderen Stoßstange festgestellt. Besondere Aufmerksamkeit erregt ein Reifen, ein 13 Zoll großer Firestone 440. Dieses Detail erweist sich als äußerst wichtig, da es mit dem zuvor am Tatort gefundenen Abdruck übereinstimmt. Ein Experte für verdeckte Spuren aus einer spezialisierten Einrichtung bestätigt die Übereinstimmung nicht nur der Marke, des Modells und der Größe des Reifens, sondern auch des Abnutzungsgrades. Trotz der Tatsache, dass das Auto lange Zeit unter freiem Himmel ohne Dach stand, was die Suche nach Hinweisen erschweren kann, verlieren die Ermittler nicht die Hoffnung. Ein interessanter Fakt ist, dass der mit dem Fall verbundene Mann früher in einem Operationssaal arbeitete, wo er gründliche Reinigungsmethoden erlernt haben könnte. Da bei der ersten Inspektion keine neuen Anhaltspunkte gefunden wurden, entscheiden sich die Beamten gründlicher vorzugehen. Laut Alan Stewart, einem Polizisten aus Pennsylvania, zerlegen sie das Fahrzeug buchstäblich in Einzelteile. Sie entfernen die Sitze, den Teppichboden und saugen den Innenraum gründlich ab. Beim Zerlegen der Türverkleidung werden kleine Spuren von biologischem Material gefunden. Eine Laboranalyse bestätigt, dass die auf der Beifahrertür gefundenen Spuren zu Amy Willard gehören. Doch die größte Überraschung erwartet die Ermittler, als das Auto zum Abschleppen angehoben wird. Das Sonnenlicht, das auf den unteren Teil des Fahrzeugs fällt, hebt etwas Ungewöhnliches an der Ölwanne hervor. Geschichte von Amy Willard und die mysteriösen Ereignisse um sie herum ziehen die Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden auf sich. Alles beginnt in der Bar Smokey Joe, wo Arthur Omer laut Ermittlern das Mädchen zum ersten Mal bemerkt. Es wird angenommen, dass er sie danach auf der Autobahn 476 verfolgt, als sie nach Hause fährt. Die Untersuchung deckt eine Reihe seltsamer Zufälle auf. An den Stoßfängern zweier Autos werden ähnliche Schäden festgestellt, als ob sie miteinander kollidiert wären. Experten achten auf ungewöhnliche Spuren am Tatort, die ihrer Meinung nach von Firestone-Reifen stammen könnten, die denen an Omas Auto ähneln. Die forensische Untersuchung enthüllt eine Reihe rätselhafter Details. Auf Amy werden seltsame Markierungen gefunden, deren Natur viele Fragen aufwirft. Ein Experte des Instituts für Pathologie der Streitkräfte bestätigt jedoch nicht den Zusammenhang zwischen diesen Markierungen und einigen Beweisen, die am Tatort gefunden wurden. Der überzeugendste Beweis sind die Ergebnisse der DNS-Analyse. Biologische Spuren, die am Tatort gefunden wurden, stimmen mit dem DNS-Profil von Arthur Omar überein, was einen Wendepunkt in der Untersuchung darstellt. Kurz vor dem Gerichtsverfahren gibt es eine weitere unerwartete Entdeckung. Im benachbarten Bucks County, Pennsylvania, werden Überreste gefunden, die vermutlich Mary Owens gehören. Interessanterweise wird Omar bei seiner Verhaftung am Steuer eines Autos gefunden, das Owens gehört. Der Fundort der Überreste befindet sich weniger als 30 Kilometer von Omas Haus und 48 Kilometer von dem Ort entfernt, an dem Amy zuletzt gesehen wurde. Das Schicksal von Mary ähnelt der Geschichte von Amy. Während der Gerichtsverhandlungen versuchen Omas Anwälte, sein Verhalten mit einer schwierigen Kindheit und Entwicklungsstörungen zu erklären. Im Verlauf des Prozesses kommt es häufig zu angespannten Situationen, die aufgrund von emotionalen Ausbrüchen außerhalb des Gerichtssaals das Eingreifen des Sicherheitsdienstes erfordern. Die Verwandten des Angeklagten äußern offen ihre Unzufriedenheit über die Berichterstattung in den Medien. Sein Halbbruder und seine Mutter geraten in Konflikte mit den Journalisten, die über den Prozess berichten. Schließlich verhängt das Gericht ein strenges Urteil gegen Arthur für seine Taten. Omas Reaktion auf das Urteil ist schockierend. Er wendet sich an Emmys Mutter und zeigt unangemessene Gesten. Seine Worte an Mrs. Willard und ihre Kinder sorgen für ernsthafte Besorgnis. Nach Abschluss des Falls beschreibt Staatsanwalt Patrick Meehan Arthur als extrem gefährliches Individuum und bemerkt, dass er in seiner Karriere noch nie jemanden so rücksichtslos und kaltblütig getroffen hat. Gay Willard, die Mutter von Emmys, äußert die Meinung, dass Arthur keine öffentliche Aufmerksamkeit verdient und nennt ihn eine äußerst unangenehme Person. Es ist bemerkenswert, welche wichtige Rolle wissenschaftliche Methoden in der Untersuchung gespielt haben. Ohne DNS-Analyse und andere materielle Beweise wäre es für die Strafverfolgungsbehörden viel schwieriger gewesen, in diesem schwierigen Fall Ergebnisse zu erzielen. Ein Mädchen ging spazieren und verschwand unter mysteriösen Umständen. Die Polizei begann sofort mit der Suche und fand schnell einige beunruhigende Spuren. Doch der Fall blieb 30 Jahre lang ungelöst, bis die Ermittler schließlich einige Details aufdeckten. Trotzdem tauchten neue Fragen auf. Melissa Trumbull wurde am 1. März 1977 in Lawrence, Massachusetts geboren. Einen Monat nach ihrer Geburt gaben ihre leiblichen Eltern das Mädchen zur Adoption. Frei? Ihre neuen Eltern wurden Janet und Robert Trumbull. Melissa wuchs in der nahegelegenen Stadt Salem auf. Sie war sehr aktiv, interessierte sich für Mode und Gesang und liebte es von klein auf zu lesen. In der Schule hatte sie viele Freunde und nach dem Unterricht besuchte sie oft eine Organisation, die den Pfadfindern ähnelte, aber für Kinder beider Geschlechter war. Als Melissa neun Jahre alt war, ließen sich ihre Adoptiveltern scheiden und der Vater hörte auf, sich um sie zu kümmern. Nach einiger Zeit begann ihre Mutter, sich mit einem anderen Mann namens Robert zu treffen, der nicht bei ihnen wohnte. Am 11. September 1988 fuhren Melissa und ihre Mutter nach Lawrence, wo Janet vorhatte, Robert zu treffen. Sie gingen oft in eine lokale Bar und Janet nahm oft ihre Tochter mit, da sie niemanden hatte, der auf sie aufpassen konnte. Normalerweise erlaubte, die Mutter Melissa draußen zu spielen, weil es dem Mädchen langweilig war, in der Bar zu sitzen. Janet warnte sie, nicht weit weg zu gehen und Melissa verbrachte die Zeit auf den angrenzenden Straßen. Da sie diese Bar oft besuchten, kannte das Mädchen die örtlichen Kinder und spielte oft mit ihnen. An diesem Tag verbrachte Melissa Zeit draußen und schaute ab und zu bei ihrer Mutter vorbei. Bei einem dieser Besuche bereitete der Barkeeper ihr Popcorn zu und das Mädchen sagte, dass sie bald zurückkommen würde. Doch sie erschien nicht wieder in der Bar. Gegen 4 Uhr nachmittags begann sich ihre Mutter Sorgen zu machen, da Melissa schon lange nicht mehr da war. Sie ging nach draußen, überprüfte das Auto, aber ihre Tochter war nirgends zu finden. Dann begannen sie zusammen, mit Robert nach ihr zu suchen und gingen von Straße zu Straße. Es gelang ihnen nicht, Melissa zu finden und nach einigen Stunden gegen 9 Uhr abends entschied sich Janet, die Polizei zu rufen. Die Beamten begannen sofort mit der Suche, konnten das Mädchen jedoch ebenfalls nicht finden. Die Dunkelheit erschwerte die Aufgabe erheblich, aber die Polizei suchte bis spät in die Nacht weiter nach Melissa. Sie zogen auch in Betracht, dass das Mädchen weggelaufen sein könnte. Ihre Mutter bestand jedoch darauf, dass Melissa Angst vor der Dunkelheit hatte und nicht gerne allein war, weshalb sie niemals weggelaufen wäre. Am nächsten Tag blieb der Aufenthaltsort von Melissa weiterhin unbekannt und die Suche ging weiter. Gegen drei Uhr nachmittags rief ein Eisenbahnarbeiter die Polizei an. Er führte eine Inspektion des alten Eisenbahnknotens durch, der nur wenige hundert Meter von der Bar entfernt lag. Dieser Knoten war ziemlich groß, mit acht Gleisen an der breitesten Stelle, von denen viele nicht mehr benutzt wurden. Zwischen den leeren Waggons bemerkte er etwas Merkwürdiges. Als er näher kam, erkannte er, dass er einen wichtigen Hinweis gefunden hatte und meldete dies sofort der Polizei. Als die Ermittler eintrafen, erkannten sie schnell, dass sie Melissa Tremblay gefunden hatten. Außerdem lag in der Nähe der Hinweise eine Handtasche mit ihrem Namen, was ihre Vermutungen bestätigte. Die Ermittler fanden Beweise auf den Bahngleisen, die noch in Betrieb waren und bemerkten, dass sie durch einen Zug beschädigt worden waren. Sie vermuteten, dass die Schäden durch eine Zugüberfahrt entstanden waren, da dieser Streckenabschnitt in Betrieb war. Doch sofort tauchten Zweifel auf, ob dies wirklich der Grund für das Verschwinden war. Der Hauptermittler bemerkte einige seltsame Punkte, die nicht in diese Version passten. Erstens, die Handtasche, in der eine Karte mit dem Namen Melissa gefunden wurde, lag fast 20 Meter vom vermuteten Tatort entfernt. Wäre das Verschwinden durch einen Unfall auf den Gleisen verursacht worden, hätte die Handtasche kaum so weit entfernt gelegen. Zweitens bemerkte der Ermittler in der Nähe der Handtasche viele Spuren auf dem Boden und einige Spuren in kräftigem Burgunderrot. Dies führte ihn zu dem Gedanken, dass der Vorfall kein Zufall war. Es ist wahrscheinlich, dass sich alles an diesem Ort abgespielt hat und dann ein unbekannter Täter die Beweise zu den Bahngleisen gebracht hat, um den Eindruck eines Unfalls zu erwecken. Ein weiterer Faktor, der auf ein Verbrechen hinwies, war der Ort selbst. Der Bahnknotenpunkt mit seinen Dormen dutzenden leeren Waggons zog oft Menschen ohne festen Wohnsitz und diejenigen an, die einen abgelegenen Ort für fragwürdige Aktivitäten suchten. Daher vermutete der Ermittler, dass jemand aus dieser Gruppe in den Fall verwickelt sein könnte. Das gefundene Beweismaterial wurde an medizinische Sachverständige übergeben und die Polizei begann sofort mit der Suche nach weiteren Spuren. Am Fundort von Melissa konnten keine Spuren gefunden werden, daher beschlossen die Ermittler, sich auf die Suche nach Zeugen zu konzentrieren, um die Chronologie der Ereignisse wiederherzustellen. Zuerst sprachen sie mit einem Mitarbeiter der Eisenbahngesellschaft, der berichtete, dass er einen Tag vor dem Vorfall ein Mädchen, das Melissa ähnelte, in der Nähe der Gleise gesehen hatte. Er warnte sie vor den Gefahren des Aufenthalts auf den Gleisen und das Mädchen ging weg. Dann wandten sich die Polizisten an eine Frau, die in der Nähe einer Bar wohnt und Melissa schon seit vielen Monaten kennt. Ihre Kinder waren mit Melissa befreundet und das Mädchen besuchte sie oft. An diesem Tag kam Melissa zu ihrem Haus, um die Kinder zum Spielen einzuladen, aber die Frau ließ sie nicht gehen, da die Kinder sich schlecht benommen hatten und Melissa ging allein weg. Bald fanden die Ermittler einen weiteren Zeugen, der den ersten bedeutenden Hinweis lieferte. Er berichtete, dass er ein Mädchen, das Melissa ähnelte, in der Nähe eines Lieferwagens an einer Kreuzung in der Nähe des Eisenbahnknotens gesehen hatte. Das Mädchen sprach mit dem Fahrer. Der Zeuge beschrieb den Mann als groß und unangenehm aussehend, etwa 30 Jahre alt, mit dunklen Haaren und einem großen Bart. Der Lieferwagen war alt, braun und rostig. Die Polizisten vermuteten, dass dieser Mann mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnte und begann, nach ähnlichen Fahrzeugen zu suchen. Medizinische Experten haben die Beweise untersucht und festgestellt, dass es sich nicht um einen Unfall handelt. Der Fall wurde in ein Verbrechen ersten Grades umgewandelt und die Ermittler begannen, den Schuldigen zu suchen. Sie hatten nur eine Spur. Die Beschreibung eines Lieferwagens, der in der Nähe von Melissa kurz vor ihrem Verschwinden gesehen wurde. Die Polizei begann, nach ähnlichen Fahrzeugen zu suchen, stieß jedoch immer wieder auf Hindernisse. Das Problem war, dass es fast unmöglich war, den Besitzer mit dem Verbrechen in Verbindung zu bringen, selbst wenn sie den richtigen Lieferwagen finden würden, ohne ein Geständnis. In jenen Jahren wurde DNS-Analyse noch nicht verwendet und im Lieferwagen gab es keine weiteren Beweise wie Melissas Sachen oder Fingerabdrücke. Die Polizei versuchte auch neue Zeugen zu finden und befragte Hunderte von Anwohnern, jedoch erfolglos. Die Suche nach dem Lieferwagen und anderen Spuren dauerte mehrere Monate. Aber schließlich kam der Fall zum Stillstand. Der Fall von Melissa wurde in den Medien breit diskutiert und die Öffentlichkeit begann, ihre Mutter zu beschuldigen. Die Menschen waren empört darüber, dass die Frau ihre Tochter allein herumlaufen ließ, insbesondere in der Nähe eines so gefährlichen Ortes wie einem verlassenen Bahnknotenpunkt. Noch mehr empörte sie, dass die Mutter zu dieser Zeit in einer Bar war. Zeitungen begannen, Gerüchte zu verbreiten, dass Janet nach der Scheidung Alkoholprobleme hatte und ihre elterlichen Pflichten vernachlässigte. Die Öffentlichkeit beschuldigte auch die Sozialdienste der Untätigkeit, da sie nicht eingriffen. Janet weigerte sich, mit Journalisten zu sprechen und deren Fragen zu beantworten. Das Pflegezentrum erklärte, dass es auf die schwierige Situation der Familie aufmerksam gemacht worden sei und versucht habe, zu helfen, aber nicht daran gedacht habe, Melissa in Pflege zu nehmen. In der Zwischenzeit konzentrierten sich die Ermittler weiterhin auf die Suche nach dem Lieferwagen, der einzigen Spur, die bei der Untersuchung helfen konnte. Sie überprüften neue Theorien und Hypothesen, um irgendwie im Fall voranzukommen. Aber jede neue Spur führte zu einer weiteren Sackgasse und die Ermittlungen kamen nicht voran. Im Jahr 2012, Jahre nach dem Vorfall, hatten die Ermittler einen ersten ernsthaften Verdächtigen. Tommy Lynn, der in 22 kriminellen Episoden gestanden hatte, weckte das Interesse der Ermittler im Fall Melissa, da viele seiner Taten mit den Details dieses Vorfalls übereinstimmten. Außerdem ähnelte Tommy dem Fahrer des Lieferwagens, den man in der Nähe des Mädchens gesehen hatte, und er übernachtete oft in leeren Waggons, während er durch verschiedene Staaten reiste. Trotz aller Übereinstimmungen konnten die Ermittler jedoch keine Beweise dafür finden, dass Tommy zu dieser Zeit in der Nähe von Lawrence war. Im Gegenteil, sie kamen zu dem Schluss, dass er sich in einem anderen Staat befand. Die Polizei überprüfte den Fall viele Male und untersuchte mögliche Verdächtige, jedoch ohne Erfolg. Die Situation änderte sich jahrelang nicht, bis im Jahr 2013 eine neue Spur auftauchte. Die Ermittler, die einen Mann aus Lawrence in einem anderen Fall festnahmen, hörten von ihm Informationen über den Vorfall mit Melissa. Der Mann erzählte, dass er im Jahr 1988, als er 13 Jahre alt war, kleinere Verbrechen mit Autos beging. Am Tag von Melissas Verschwinden bemerkte er ein Mädchen, das auf den Treppen einer Bar saß, neben dem ein Mann namens Mike war. Der Zeuge kannte Mike und wusste um seinen zweifelhaften Ruf. Nachdem er vorbeigegangen war, kehrte er nach zehn Minuten zurück und sah, wie das Mädchen mit Mike und einem anderen Mann, den er nicht kannte, wegging. Als man ihn fragte, warum er 25 Jahre lang geschwiegen hatte, erklärte der Mann, dass er nichts mit der Polizei zu tun haben wollte. Nachdem er von dem Vorfall erfahren und erkannt hatte, dass er das besagte Mädchen gesehen hatte, besprach er dies mit seinem Bruder, der ihm riet, sich nicht einzumischen. Die Ermittler entdeckten jedoch sofort einen gravierenden Widerspruch in seiner Geschichte. Der Zeuge behauptete, das Mädchen abends gesehen zu haben, als es dunkel war, während die Suche nach ihr gegen vier Uhr nachmittags begann, als es noch hell war. Da jeder in der Bar von ihrem Verschwinden wusste und ihre Mutter sie mehrere Stunden suchte, war es unwahrscheinlich, dass das Mädchen unbemerkt auf den Treppen der Bar saß. Die Polizei vermutete, dass der Zeuge ein anderes Mädchen gesehen haben könnte oder dass seine Aussage nicht der Wahrheit entsprach. Trotz dieser Zweifel überprüften sie Mikes mögliche Beteiligung, jedoch ohne Fortschritte in dieser Richtung. Im Jahr 2014 entschloss man sich, einen alten Fall wieder aufzunehmen, basierend auf der Aussage eines Zeugen. Zu diesem Zeitpunkt wurde die DNS-Analyse weit verbreitet eingesetzt und die Ermittler hofften, dass Experten neue Beweise finden würden. Sie begannen mit der Untersuchung von Melissas Kleidung und anderen Gegenständen, fanden jedoch keine fremde DNS darauf. Unter den Beweisen waren Proben von unter den Nägeln, die ebenfalls analysiert wurden. Experten fanden tatsächlich Partikel fremder Haut, die sie ins Labor schickten. Doch hier trat ein neues Problem auf. Es gelang nur, ein teilweises Profil eines unbekannten Mannes zu erhalten, das nicht ausreichte, um in Datenbanken zu suchen. Die Ermittler gaben nicht auf und wandten sich an eine genealogische Firma. Die Spezialisten untersuchten die Probe und begannen nach möglichen Besitzern in den verfügbaren Datenbanken zu suchen. Die Arbeit war schwierig, da die Teilprobe keine genaue Identifizierung der Person zuließ. Dennoch fanden sie einen möglichen Verwandten des Probenbesitzers und stießen auf die Familie McClinton. Die Ermittler begannen, die Mitglieder dieser Familie zu untersuchen, um den möglichen Täter zu identifizieren. Dies dauerte mehrere Jahre aufgrund des fehlenden vollständigen DNS-Profils. Sie überprüften, wer im Jahr 1988 in Lawrence gewesen sein könnte, dem Alter und anderen Parametern entsprach. Schließlich engten sie den Kreis auf zwei Brüder ein, von denen einer Marvin McClinton war. Er lebte in Alabama, hatte aber Ende der 80er Jahre 20 Minuten von Lawrence entfernt gewohnt und als Zimmermann gearbeitet. Außerdem besuchte er oft eine Kirche in der Nähe der Bar, in der Melissa gewesen war. Marvin hatte auch etwa 30 Jahre als Gefängniswärter gearbeitet, jedoch mit Unterbrechungen. Und im Jahr 88 befand er sich in einer solchen Pause. Die Ermittler fanden heraus, dass er damals einen alten, braunen Van besaß. Bemerkenswert war, dass er keine kriminelle Vergangenheit hatte, abgesehen von zahlreichen Strafzetteln wegen nicht angelegter Sicherheitsgurte. Marvin war zweimal verheiratet gewesen, aber beide Frauen hatten ihn verlassen. Er hatte zwei Söhne aus erster Ehe, mit denen er keine engen Beziehungen pflegte. Während die Ermittler nach einem Verdächtigen suchten, wartete Melissas Mutter nie darauf, dass der Fall gelöst wurde. Sie kämpfte lange Zeit mit ihrer Krankheit und fand nie heraus, wer für das Verschwinden ihrer Tochter verantwortlich war. Nachdem sie alle möglichen Informationen über Marvin und seine Verwandten gesammelt hatten, kamen die Ermittler zu dem Schluss, dass er höchstwahrscheinlich der Täter war. Im Jahr 2021 reisten die Ermittler nach Alabama, um Martin über die Ereignisse Ende der 80er Jahre zu befragen. Als es um den Vorfall mit Melissa ging, bestritt er kategorisch seine Beteiligung. Als er jedoch erfuhr, dass an den Beweismitteln die DNS eines seiner nahen Verwandten gefunden wurde, vermutete Martin, dass es sein Bruder gewesen sein könnte. Im selben Jahr gab Martin freiwillig eine DNS-Probe ab, aber die Experten konnten keine vollständige Übereinstimmung feststellen. Das teilweise DNS-Profil, das unter Melissas Fingernägeln gefunden wurde, deutete darauf hin, dass Martin entweder der Täter war oder mit ihm eng verwandt ist. Nach der Untersuchung aller seiner nahen männlichen Verwandten stellten die Ermittler fest, dass keiner von ihnen die Möglichkeit hatte, dieses Verbrechen zu begehen. Die Verdachtsmomente fielen erneut auf Martin. Da sie wussten, dass es ohne eine vollständige DNS-Übereinstimmung schwierig sein würde, eine Verurteilung zu erreichen, verbrachten sie ein weiteres Jahr damit, zusätzliche Beweise zu finden. Die Ermittler überprüften auch Mike, den Mann, den angeblich ein 13-jähriger Junge mit einem Mädchen, das Melissa ähnelte, auf den Stufen einer Bar gesehen hatte. Nachdem sie seine DNS-Probe erhalten hatten, stellten die Experten fest, dass er nicht derjenige sein konnte, dessen Hautpartikel unter den Fingernägeln gefunden wurden. Mike wurde endgültig von der Liste der Verdächtigen gestrichen. Die Ermittler besuchten Martin weiterhin und stellten ihm verschiedene Fragen. Im April 2022 beschlossen sie ihn trotz seiner anhaltenden Unschuldsbeteuerung festzunehmen. Bei seiner Festnahme äußerte Martin eine verdächtige Bemerkung. Zumindest habe ich 20 Jahre meiner Rente erhalten. Zu diesem Zeitpunkt war er 74 Jahre alt und wurde in Erwartung seines Prozesses ins Gefängnis geschickt. Der Richter stellte ihn unter ständige Bewachung, da andere Insassen herausgefunden hatten, worin er beschuldigt wurde und dass er früher als Gefängnisaufseher gearbeitet hatte. Mangels eindeutiger Beweise stützte sich die Anklage auf das Ausschlussverfahren. Unter Melissas Fingernägeln wurde die DNS eines Familienmitglieds von Martin gefunden, aber keiner seiner nahen Verwandten hatte die Möglichkeit, das Verbrechen zu begehen. Bei den entfernten Verwandten war die Übereinstimmung ihrer DNS nicht so eindeutig und die Experten konnten dies leicht feststellen. Darüber hinaus wies die Anklage darauf hin, dass Martin im Jahr 1988 oft eine Kirche in derselben Straße wie die Bar besuchte, einen ähnlichen Lieferwagen besaß und der Beschreibung eines Zeugen entsprach, der ein Mädchen neben seinem Fahrzeug gesehen hatte. Der Prozess begann im Dezember 2022. Der Anwalt des Mannes wies sofort darauf hin, dass das Fehlen eines vollständigen DNS-Profils des Täters die Schuld seines Mandanten nicht bestätigen könne. Danach rief der Anwalt zwei seiner Experten auf. Der Genetiker erklärte, dass die Übereinstimmung eines teilweisen DNS-Profils mit einer Familie nicht ausschließt, dass die Probe entfernten Verwandten gehören könnte, von denen jeder Mensch Hunderte und Tausende haben kann. Martin selbst weigerte sich zu seiner Verteidigung auszusagen und Ende Dezember begannen die Geschworenen mit ihren Beratungen. Das dauerte fast eine Woche und am 27. Dezember gaben sie bekannt, dass sie zu keiner einstimmigen Entscheidung kommen konnten. Einige Geschworene waren der Meinung, dass ohne vollständiges DNS-Profil Martin nicht zweifelsfrei für schuldig befunden werden könne und der Richter musste den Prozess für gescheitert erklären. Anfang 2024 erklärte die Anklage, dass sie einen neuen Prozess anstrebt. Dieser soll am 30. September 2024 beginnen und bis dahin bleibt Martin im Gefängnis. Er ist jetzt 76 Jahre alt und hat einige gesundheitliche Probleme, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass er nicht bis nach dem neuen Prozess warten kann. Sollte das Gericht erneut nicht in der Lage sein, ihn für schuldig zu befinden, könnte er freigelassen werden und der Fall von Melissa bliebe ungelöst. Im ruhigen Städtchen Oklahoma ereignete sich ein Vorfall, der die örtlichen Bewohner erschütterte. Die Geschichte begann an einem gewöhnlichen Maiabend 1997, als eine Mutter wie immer ihre Töchter zu Bett brachte. Doch der Morgen des nächsten Tages brachte eine unerwartete Entdeckung. Eine der Mädchen war auf mysteriöse Weise aus ihrem Bett verschwunden. Als die Ermittler den Fall übernahm, wurde klar, dass das Kind das Haus nicht freiwillig verlassen konnte. Trotz vielversprechender Hinweise, die am Tatort gefunden wurden, zog sich die Untersuchung über viele Jahre hin. Als die Ermittler schließlich dieses Rätsel lösten, schockierte das Ergebnis alle Beteiligten. Die Hauptfigur dieser Geschichte war Kirsten Hitzfeld, geboren am 12. Februar 1989 in dem kleinen Städtchen Bärstadt. Das Schicksal des Mädchens war von Anfang an nicht einfach. Ihr Vater verließ die Familie kurz nach ihrer Geburt. Kirstens Mutter, Shannon, musste mit ihrer Tochter in das Haus ihrer Eltern ziehen. Nach zwei Jahren fanden sie ein eigenes Zuhause. Bald tauchte ein neuer Mann im Leben von Shannon auf und aus dieser Verbindung wurde ein weiteres Mädchen, Faith, geboren. Aber auch diese Ehe hielt nicht lange. Und die Frau blieb erneut allein mit zwei Kindern. Trotz ihres jungen Alters zeigte sich Kirsten als fürsorgliche ältere Schwester, die ihrer Mutter bei der Pflege von Faith half. Das machte sie für ihr Alter sehr selbstständig. Die Schwestern teilten sich ein Schlafzimmer, während ihre Mutter im Nebenzimmer schlief. Am verhängnisvollen Abend des 13. Mai 1997, als Kirsten acht Jahre und Faith drei Jahre alt war, brachte Shannon wie gewohnt ihre Töchter zu Bett. Sie las ihnen eine Geschichte vor, bis die Jüngere einschlief. Um sie nicht zu wecken, wünschte die Frau ihrer älteren Tochter eine gute Nacht und ging in ihr Zimmer, ließ die Tür einen Spalt offen, für den Fall, dass eine der Mädchen in der Nacht rufen würde. Gegen drei Uhr morgens wachte Shannon plötzlich von seltsamen Geräuschen auf, die aus dem Kinderzimmer kamen. Angenommen, dass ihre Töchter aufgewacht sind, ging sie zu ihrem Zimmer. Als sie sich jedoch der Tür näherte, verstummten die Geräusche. Sie dachte, dass die Mädchen wieder eingeschlafen sind und wollte gerade zurückkehren. Da fiel ihr eine ungewöhnliche Sache auf. Die Tür zum Kinderzimmer war ganz geschlossen, obwohl sie normalerweise angelehnt bleibt. Die Mutter dachte, dass vielleicht eine der Töchter die Tür geschlossen hat oder sie selbst vergessen hat, sie offen zu lassen. Shannon öffnete die Tür ein wenig, entschied sich jedoch nicht hineinzutreten, um den Schlaf der Kinder nicht zu stören. Der nächste Morgen begann wie gewohnt. Gegen halb sieben ging Shannon, um ihre Töchter zu wecken. Als sie das Zimmer betrat, fand sie nur die Jüngere, Faith, im Bett. Auf die Frage, wo Kirsten ist, konnte Faith nicht antworten. Die besorgte Mutter durchsuchte das ganze Haus, aber die ältere Tochter war nirgends zu finden. In der Hoffnung, dass Kirsten vielleicht zum Großvater gegangen ist, der in der Nähe wohnt, rief Shannon ihren Vater an. Aber auch er hatte seine Enkelin nicht gesehen. Als Shannon die Ernsthaftigkeit der Situation erkannte, wandte sie sich an die Polizei. Die Ermittler, die vor Ort eintrafen, dachten zunächst, das Mädchen könnte sich irgendwo im Haus versteckt haben oder spazieren gegangen sein. In ihrer ruhigen Stadt hatten solche Vorfälle mit Kindern, besonders aus dem eigenen Haus, noch nie stattgefunden. Bald wurde jedoch klar, dass die Situation viel komplizierter war als ursprünglich angenommen. Bei der Durchsuchung von Kirstens Zimmer entdeckten die Ermittler an der Fensterbank Spuren, die große Besorgnis auslösten. Als sie die Umgebung des Hauses durchsuchten, fanden die Polizisten in der Nähe des Fensters ein Kleidungsstück des Mädchens mit Spuren, die Shannon als zu ihrer Tochter gehörend bestätigte. Als die Ordnungshüter am Tatort eintrafen, standen sie vor einer beunruhigenden Situation, die auf das mögliche Verschwinden eines Kindes hinwies. Zusätzliche Kräfte wurden sofort zur Unterstützung der Ermittlungen hinzugezogen. Die Mutter des Mädchens erzählte den Beamten von einem seltsamen Geräusch, das sie um drei Uhr morgens geweckt hatte. Erst jetzt wurde ihr klar, dass dieser Moment mit dem Verschwinden ihrer Tochter zusammenhängen könnte. Die Suche rund um das Haus brachte keine Ergebnisse und die Ermittler begannen, die Anwohner zu befragen. Leider bemerkte niemand in dieser Nacht etwas Ungewöhnliches. Der einzige Hinweis war die Aussage eines Nachbarn, der das Bellen eines Hundes gegen drei Uhr morgens gehört hatte, was mit der vermuteten Zeit des Vorfalls übereinstimmte. Da es keine klaren Anhaltspunkte gab, wandten sich die Ermittler an einen Kinderpsychologen, um mit der dreijährigen Faith, der jüngeren Schwester der vermissten Kirsten, zu sprechen. Trotz ihres jungen Alters schien das Mädchen Zeugin des Vorfalls gewesen zu sein, konnte jedoch nur wiederholen, dass ein böser Mann die Schwester mitgenommen hat. Dies bestätigte die unfreiwillige Natur des Verschwindens von Kirsten, lieferte jedoch keine weiteren Details zur Identifizierung des möglichen Täters oder zum Aufenthaltsort des Mädchens. Anfangs fielen die Verdächtigungen auf jemanden aus dem engen Umfeld von Kirsten, da es unwahrscheinlich schien, dass ein Fremder unbemerkt in ihr Zimmer gelangen konnte. Auf der Grundlage dieser Theorie fanden die Ermittler heraus, dass die Mutter des Mädchens Probleme mit verbotenen Substanzen hatte. Die Ermittler schlossen nicht aus, dass das Verschwinden damit in Verbindung stehen könnte. Es entstand die Vermutung, dass Shannon Schulden bei unerwünschten Personen haben könnte, die auf diese Weise eine Rückzahlung forderten. Eine andere, noch beunruhigendere Theorie wurde ebenfalls in Betracht gezogen. Die Ermittler hielten es für möglich, dass die Mutter am Verschwinden ihrer Tochter beteiligt sein könnte. Diese Hypothese, obwohl sie unwahrscheinlich schien, erforderte eine gründliche Überprüfung im Rahmen der umfassenden Untersuchung des mysteriösen Verschwindens von Kirsten. Die Strafverfolgungsbehörden beschlossen, sich über die Medien an die Öffentlichkeit zu wenden, in der Hoffnung, irgendwelche Hinweise im Zusammenhang mit diesem Fall zu erhalten. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Es gingen zahlreiche Anrufe bei der Polizei ein. Die Ermittler untersuchten jede Meldung sorgfältig, obwohl die meisten davon keine wertvollen Informationen enthielten. Bald stießen die Ermittler jedoch auf eine beunruhigende Spur. Eine der Anruferinnen äußerte Verdacht gegenüber ihrem Partner. Laut ihrer Aussage erwähnte er im Streit den Namen Kirsten in einem bedrohlichen Zusammenhang. Dieser Mann zog besonderes Interesse der Polizei auf sich, als bekannt wurde, dass er den Onkel des Mädchens kannte. Diese Entdeckung warf neue Fragen auf. Das Haus, in dem Kirsten mit ihrer Mutter und Schwester lebte, gehörte früher diesem Verwandten. Die Ermittler vermuteten, dass der Verdächtige den Grundriss des Hauses kannte. Zudem hatte dieser Mann in der Vergangenheit bereits Probleme mit dem Gesetz. Bei der Vernehmung behauptete der Mann jedoch, dass er in der Nacht des Verschwindens von Kirsten in einer Bar gewesen sei. Seine Aussage wurde von mehreren Zeugen bestätigt, die Angaben ihn dort bis etwa vier Uhr morgens gesehen zu haben. Gleichzeitig führten die Ermittler Gespräche mit Shannon, der Mutter des Mädchens. Sie bestand darauf, dass sie niemals zugelassen hätte, dass ihrer Tochter etwas zustößt. Trotz ihrer Beteuerung zögerten die Ermittler, sie von den Verdächtigungen auszuschließen, obwohl sie keine Beweise für ihre Beteiligung an dem Vorfall fanden. Das Fehlen von Geräuschen zum Zeitpunkt von Kirstens Verschwinden blieb ein Rätsel für die Ermittler. Sie untersuchten weiterhin alle möglichen Theorien, um das Geheimnis dieses unerklärlichen Falles zu lösen. Nach der ersten Meldung über ihr Verschwinden prüften die Strafverfolgungsbehörden viele Versionen, aber alle erwiesen sich als erfolglos. Die Untersuchung zog sich über Monate hin und die Hoffnung auf ein gutes Ende schwand mit jedem Tag. Shannon, die Mutter des Mädchens, konnte nicht tatenlos zusehen. Von Anfang an tat sie alles, um ihre Tochter zu finden. Sie sprach mit den örtlichen Medien, verteilte Flugblätter und überprüfte sogar einige Theorien selbst. Doch ihre Bemühungen stießen oft auf unerwartete Hindernisse. Um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren, wandte sich Shannon an örtliche Unternehmen und bat sie, Informationen über Kirsten auszuhängen. Zu ihrer Überraschung lehnten viele ab und verwiesen auf die Unternehmenspolitik. Auch ihre Versuche, ein Treffen mit dem Gouverneur des Staates zu erreichen, blieben erfolglos. Ohne die Hoffnung zu verlieren, organisierte Shannon ein kleines Zentrum zur Koordination von Freiwilligen. Ihre Hauptaufgabe war es, Informationen zu verbreiten und mit den Medien zu interagieren. Doch auch hier gab es Probleme. Einige Freiwillige missbrauchten das Vertrauen. Andere nutzten die Situation zur Selbstvermarktung. Als sie erkannte, dass ihr Ansatz begrenzt war, beschloss Shannon, ihre Strategie grundlegend zu ändern. Sie ging aufs College, machte einen Abschluss in Kriminologie und begann, in der Bewährungshilfe zu arbeiten. Diese Entscheidung war nicht nur durch den Wunsch motiviert, zu erfahren, was mit ihrer Tochter geschehen war, sondern auch durch das Bestreben, andere Kinder vor möglichen Gefahren zu schützen. Shannon war überzeugt, dass die Person, die mit dem Verschwinden von Kirsten in Verbindung stand, eine kriminelle Vergangenheit haben könnte. Ihr neuer Beruf ermöglichte es ihr, mögliche Vorfälle zu verhindern, die mit der Freilassung von Personen verbunden waren, die eine Gefahr für die Gesellschaft darstellten. Seit vielen Jahren gab Shannon die Hoffnung nicht auf, Antworten über das Schicksal ihrer Tochter Kirsten zu finden. Sie untersuchte sorgfältig Informationen über Menschen mit zweifelhafter Vergangenheit, die in ihrer Stadt und Umgebung lebten, in der Hoffnung, eine Verbindung zu Kirstens Verschwinden zu entdecken. Doch all ihre Bemühungen waren vergeblich. Die Strafverfolgungsbehörden kehrten regelmäßig zu diesem Fall zurück und betrachteten neue Theorien, jedoch ohne Erfolg. Mit Hilfe von Spezialisten des FBI wurde ein Porträt erstellt, das zeigte, wie Kirsten Jahre nach ihrem Verschwinden aussehen könnte. Obwohl die Hoffnung mit jedem Tag schwand, konnte aufgrund fehlender eindeutiger Beweise keine endgültigen Schlussfolgerungen gezogen werden. Eine unerwartete Wendung in dieser Geschichte ereignete sich im Jahr 2014. Eine Frau wandte sich mit einer ungewöhnlichen Geschichte an die Polizei. Nach dem Tod ihrer Großmutter, beim Durchsehen ihrer Sachen, fand sie ein Tagebuch mit schockierendem Inhalt. Es enthielt das detaillierte Geständnis des Sohnes der Großmutter in Bezug auf Kirsten Hetfields verschwinden. Die Einträge enthielten so viele Details, dass die Ermittler keinen Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit hatten. Laut dem Tagebuch nahm der Mann Kirsten aus ihrem Zimmer und brachte sie in eine Nachbarstadt, wo er ein Haus hatte. Dort ereigneten sich Dinge, die schwer in Worte zu fassen sind. Die Erzählung erstreckte sich über mehrere Seiten und war so beunruhigend, dass selbst erfahrene Ermittler tief erschüttert waren. Besonders beunruhigend war die Erwähnung, dass alles auf Videoband festgehalten wurde. Diese Information eröffnete ein neues Kapitel in den Ermittlungen, die viele Jahre lang ins Stocken geraten waren. Obwohl Shannon sich irgendwann fast damit abgefunden hatte, Kirsten nicht lebend zu finden, gab sie niemals ganz auf, die Wahrheit herauszufinden. Die Strafverfolgungsbehörden luden sofort den Sohn der Frau zu einem Gespräch ein. Sie erwarteten, dass er leugnen würde, aber seine Worte überraschten sie. Der junge Mann gestand seine Beteiligung an dem Vorfall und sagte, dass alles im Haus seiner Ex-Freundin passiert sei. Nachdem sie die notwendigen Genehmigungen erhalten hatten, schickten die Ermittler ein Team von Spezialisten zur Untersuchung des Hauses. Die Experten verwendeten eine spezielle Substanz, die bei Kontakt mit selbst kleinsten Spuren von biologischem Material leuchtet, auch wenn diese gründlich entfernt wurden. Das Ergebnis schockierte alle Anwesenden. Einer der Spezialisten verglich das, was er sah, später mit einem Weihnachtsbaum, und sagte, dass die Spuren im ganzen Haus zu finden seien. Am erstaunlichsten war, dass die Position der Spuren mit den Einträgen im persönlichen Tagebuch übereinstimmte. Nachdem sie alle möglichen Beweise, einschließlich Proben des Bodenbelags und der Tapeten gesammelt hatten, schickten die Spezialisten diese zur Analyse. Parallel dazu wurde die Untersuchung des umliegenden Gebiets organisiert. Im Haus fanden sie auch eine Kiste mit zahlreichen Videokassetten. In der Annahme, dass eine davon wichtige Informationen enthalten könnte, verbrachten die Ermittler unzählige Stunden damit, jede Aufnahme anzusehen. Doch weder das Videomaterial noch die Suche auf dem Grundstück lieferten die erwarteten Ergebnisse. Eine unerwartete Wendung ergab sich, als die Experten die Analyse der gesammelten Proben abschlossen. Es stellte sich heraus, dass alle Spuren nicht von einem Menschen, sondern von einem Tier stammten. Das war ein echter Schock für die Ermittler, die sicher waren, dass sie der Lösung nahe waren. Stattdessen stießen sie auf eine weitere Sackgasse in der Untersuchung. Die Natur dieses seltsamen Umstands blieb unklar. Möglicherweise wollte jemand die Strafverfolgungsbehörden in die Irre führen. Die Geschichte, die in dem gefundenen Tagebuch beschrieben wurde, könnte die Fantasie eines Menschen mit besonderen Wahrnehmungen sein. Vielleicht hat der Autor, nachdem er die Nachricht über das Verschwinden des Mädchens gelesen hatte, in seinem Kopf ein ganzes Drama erschaffen. Trotz dieser Tatsache verloren die Ermittler nicht die Hoffnung, das Geheimnis zu lüften. Doch lange Zeit gab es keine neuen Hinweise und bis zum Sommer 2015 stockte die Untersuchung erneut. Einen frischen Blick auf den Fall Kirsten brachte der Ermittler Daryl Miller, dem dieser kürzlich übergeben wurde. Er beschloss, alle vorhandenen Materialien gründlich zu analysieren. Bei der Durchsicht entdeckte Miller etwas Unerwartetes. All die Jahre hatten seine Vorgänger wichtige Beweismittel übersehen. Im Lager befanden sich Proben von der Fensterbank in Kirstens Zimmer und von ihren persönlichen Gegenständen, die aus irgendeinem Grund nicht zur Untersuchung geschickt worden waren. Vielleicht wurde früher angenommen, dass die Analyse keine neuen Informationen liefern würde. Miller beschloss, diesen Fehler zu korrigieren und schickte die Funde ins Labor. Die Ergebnisse waren unerwartet. Beide Proben stammten nicht von Kirsten, sondern von einem unbekannten Mann. Dies war ein langersehnter Durchbruch. Aber bald stieß der Ermittler auf ein neues Hindernis. Das erhaltene genetische Profil ergab keine Übereinstimmungen in der FBI-Datenbank. Dies könnte bedeuten, dass die Person keine kriminelle Vergangenheit hatte oder ihre Daten nicht im System erfasst waren. Doch Miller gab nicht auf. Er beschloss, Proben von allen zu sammeln, die von Anfang an an dem Fall beteiligt waren. Die Polizei erstellte eine Liste und sammelte Material von jedem Beteiligten. Überraschenderweise stimmten alle bereitwillig zu, Proben abzugeben, was die Ermittler auf den Gedanken brachte, dass der Schlüssel zur Lösung außerhalb des bekannten Kreises liegen könnte. Die Ermittlungen zogen sich über viele Jahre hin. Und Miller hatte bereits die Hoffnung aufgegeben, als plötzlich ein langersehnter Anruf aus dem Labor kam. Die Experten berichteten von einem unerwarteten Durchbruch. Eine der Proben stimmte perfekt mit den am Tatort gefundenen Beweisen überein. Der Besitzer der Probe war der 56 Jahre alte Anthony Palmer, ein Nachbar der Familie, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite wohnte. Bemerkenswert ist, dass Palmer einer der Ersten war, mit dem die Erinnerungshüter am Tag des Verschwindens sprachen. Er sagte damals aus, dass er um drei Uhr morgens wegen des Bellens seines Hundes aufgewacht sei. Jetzt, da neue Informationen vorlagen, beschlossen die Ermittler, ihn erneut zu befragen. Obwohl die vorhandenen Beweise für ein Gerichtsverfahren ausreichten, hofften die Ermittler, zusätzliche Informationen zu erhalten. Dies könnte nicht nur den Prozess beschleunigen, sondern auch bei der Suche nach der vermissten Kirsten helfen, deren Aufenthaltsort weiterhin unbekannt war. Vorsichtig handelnd luden sie Anthony zu einem Gespräch ein, unter dem Vorwand, alle Nachbarn erneut zu befragen, um neue Hinweise zu sammeln. In Wirklichkeit war ihr Ziel, von ihm detailliertere Aussagen zu erhalten. Zunächst fragten die Ermittler, ob er sich noch an etwas anderes aus jener Nacht erinnere. Anthony wiederholte seine frühere Aussage, fügte jedoch diesmal ein neues Detail hinzu. Er habe ein weißes Auto gesehen, das vor Kirstens Haus geparkt war, habe dem jedoch damals keine Bedeutung beigemessen. Als die Polizisten fragten, ob er persönlich mit Kirsten oder ihrer Familie bekannt sei, antwortete Anthony, dass er sie nur als Nachbarn kenne, aber nie direkt mit Kirsten gesprochen habe. Im Gespräch mit den Vertretern des Gesetzes erinnerte sich der Mann an seine guten Beziehungen zu den Nachbarskindern in den vergangenen Jahren. Er erzählte, wie die Kinder ihn um Hilfe mit ihren Fahrrädern baten oder Süßigkeiten holten. Als man ihn nach Besuchen im Haus der Familie Kirsten fragte, sagte er selbstbewusst, dass er dort nie gewesen sei. Diese Aussage wurde zum Schlüsselmoment im Gespräch. Angesichts der Tatsache, dass seine Spuren auf dem Fensterbrett im Zimmer des Mädchens gefunden wurden, weckten seine Worte Zweifel. Ein solcher Widerspruch könnte in der weiteren Untersuchung eine wichtige Rolle spielen. Die Situation wurde jedoch dadurch erschwert, dass zuvor ein Freund von Anthony in diesem Haus lebte und zugab, dass er damals dort gewesen war. Aber die gefundenen Beweise waren frisch. Um zum Hauptthema des Gesprächs überzugehen, berichteten die Ermittler von den Funden im Zimmer von Kirsten und auf ihren persönlichen Gegenständen. Anthony bestritt weiterhin seine Beteiligung und behauptete, dass er die Schwelle dieses Hauses nie überschritten habe. Da sie nicht das gewünschte Ergebnis erzielten, änderten die Ermittler ihre Taktik. Der Ermittler Miller betrat den Raum mit einem Foto von Kirsten. Anthonys Reaktion war unerwartet. Er stieß das Bild weg und vermied es, es anzusehen. Miller versuchte auf verschiedene Weise, Widersprüche in Anthonys Aussagen aufzudecken, aber dieser wies alle Anschuldigungen entschieden zurück. Es schien, dass er wusste, dass ein Geständnis ernsthafte Konsequenzen haben könnte und hielt entschlossen an seiner Version der Ereignisse fest. Nach einem langen Gespräch beschlossen die Ermittler, Anthony festzunehmen. Nachdem sie alle notwendigen Genehmigungen erhalten hatten, durchsuchten sie gründlich sein Anwesen, fanden jedoch keine wesentlichen Beweise. Trotz Anthonys ständigen Leugnens während des Prozesses sprachen wissenschaftliche Beweise gegen ihn. Während des Verfahrens tauchten neue Details aus Anthonys Vergangenheit auf, die zuvor übersehen worden waren. Es stellte sich heraus, dass er einige Jahre vor dem Vorfall mit Kirsten Probleme mit dem Gesetz gehabt hatte. Ende 2017 fiel das Urteil zu Ungunsten von Anthony aus und er wurde zu einer langen Gefängnisstrafe verurteilt. Doch Kirstens Aufenthaltsort blieb weiterhin unbekannt, was die Ermittler besonders beunruhigte. Shannon, Kirstens Mutter, gab die Suche nach ihrer Tochter nicht auf. Sie traf sich regelmäßig mit Anthony im Gefängnis in der Hoffnung auf Antworten. Jedes Mal hatte sie das Gefühl, dass er kurz davor war, wichtige Informationen preiszugeben. Aber das geschah nie. Eine unerwartete Wendung ereignete sich Anfang 2019, als Anthony verstarb. Laut dem Aufseher standen ihm alle, die mit ihm in Kontakt kamen, aufgrund seiner Taten negativ gegenüber. Mit seinem Tod verlor Kirstens Familie die letzte Hoffnung, diese traurige Geschichte aufzuklären. Die geliebte Mutter verschwand einige Tage nach ihrem Geburtstag. Die Familie war sicher, dass sie nicht einfach so verschwinden konnte. Ihr Verschwinden führte jedoch zur Aufdeckung der dunkelsten Familiengeheimnisse. Südlich von Fayetteville, North Carolina, liegt die kleine und gemütliche Stadt Hope Mills. Im Jahr 1987 freuten sich Edward Dean Williams und ihr zweiter Ehemann über die Geburt ihrer Tochter Tabatha. Zwei Jahre später wurde ihre zweite Tochter Anne geboren. Edward Dean hatte auch einen Sohn, Terry, den sie in ihrer ersten kurzen und schwierigen Ehe zur Welt brachte. Nach der Scheidung verschwand Terrys Vater aus ihrem Leben. Terry wuchs klug und stark auf und seine Schwestern bewunderten ihn. Für sie war er immer ein Vorbild. Edward Dean stellt ihre Kinder immer an die erste Stelle und war bereit, alles für sie zu tun. Sie lehrte sie, ihre Ziele zu verfolgen und unabhängig zu sein. Obwohl sie auf alle ihre Kinder stolz war, betonte sie oft Terrys Erfolge. Edward Dean hatte eine wunderbare Beziehung zu ihrem älteren Bruder Robert, der ein sehr zurückhaltender und ruhiger Mensch war. Robert war immer bereit, auf die Kinder aufzupassen und seine Schwester in schwierigen Momenten zu unterstützen. Die zweite Ehe von Edward Dean war nicht von langer Dauer und nach der Scheidung beschloss sie, keine Beziehungen mehr einzugehen. Doch das Treffen mit Michael Williams veränderte alles. Edward Dean lernte Michael durch ihren Bruder Robert kennen, mit dem Michael zusammen in der Armee diente. Michael war gütig und geduldig. Und nach zwei gescheiterten Ehen wurde er der beste Mann in ihrem Leben. Edward Dean und Michael heirateten am 6. August 1999. Nachdem sie geheiratet hatten, nahm Edward Deans Kinder Michael nicht sofort an. Mit der Zeit konnte er jedoch ihr Vertrauen und ihre Zuneigung gewinnen. Diese Ehe war sehr glücklich. Michael war immer bereit zu helfen, kümmerte sich um die Kinder und verweigerte ihnen nie etwas. Er war ganz anders als die Männer, mit denen Edward Dean früher zusammen war. Mit Michael fühlte sie sich sicher. Michael sorgte allein für die Familie und Edward Dean musste nicht mehr wie früher drei Jobs gleichzeitig machen. Sie lächelte ständig und war mit Michael sehr glücklich. Einige Jahre später schlossen Anne und Tabitha die Highschool ab. Terry trat in die Marineakademie ein und die ganze Familie freute sich über seine Entscheidung. Sie glaubten, dass ihn eine glänzende Zukunft erwartet. Im März 2010 erhielt Edward Dean die traurige Nachricht. Bei ihrem geliebten Ehemann Michael wurde eine ernsthafte Krankheit diagnostiziert. Michaels Krankheit erschütterte alle. In kurzer Zeit verwandelte er sich von einem starken, gesunden Mann in einen völlig hilflosen Menschen. Nach dem Abschied von ihm fiel es Edward Dean sehr schwer. Endlich hatte sie einen Mann gefunden, der sie und ihre Kinder liebte und sich um sie kümmerte. Und nun hatte sie ihn verloren. Ein Jahr später näherte sich der erste Jahrestag von Michaels Verlust. Edward Dean fand es schwer durchzuhalten. Sie sah sehr einsam und deprimiert aus. Ihre Angehörigen hatten das Gefühl, dass sie einfach nur mit jemandem reden wollte, um die Leere in sich zu füllen. Zum Glück schlug ihr Sohn Terry vor, eine Zeit lang bei ihr zu wohnen, damit sie nicht allein war. Die Töchter und Edward Dean selbst freuten sich über diesen Vorschlag. Doch wie sich herausstellte, währte dieses Glück für Edward Deans Kinder nicht lange. Am 1. Dezember 2011 hörte die älteste Tochter von Edward Dean Williams, als sie draußen die Wäsche aufhängte, plötzlich das Klingeln eines Mobiltelefons. Ihr Onkel Robert rief an und fragte, ob sie mit ihrer Mutter in Kontakt gewesen sei, da sie seine Anrufe nicht beantwortete. Tabada rief sofort ihre jüngere Schwester Ann an. Ann vermutete, dass die Mutter vielleicht weggefahren sei, um allein zu sein, aber Tabada bemerkte, dass die Mutter immer Bescheid sagte, wenn sie wegfuhr. Daraufhin beschlossen sie, dass Robert das Verschwinden bei der Polizei melden sollte. Am 4. Dezember 2011 bemerkte ein Streifenpolizist ein verlassenes Auto am Straßenrand. Nachdem er die Nummernschilder überprüft hatte, stellte er fest, dass das Auto Edward Dean Williams gehörte. Das Auto befand sich fünf Kilometer von ihrem Haus entfernt, aber Edward Dean selbst war nirgends zu finden. Der Streifenpolizist rief die Ermittler zum Tatort. Das Auto war nicht verschlossen und auf dem Armaturenbrett lag ein Telefon mit einer offenen Nachricht von Bruder Robert. Wenn du das liest, ruf unbedingt an. Wir machen uns Sorgen. In 30 Metern Entfernung vom Auto fanden die Ermittler eine an einen Baum gebundene Handtasche von Edward Dean. Darin befanden sich ihr Führerschein, ein Scheckbuch und mehr als 3000 Dollar in bar. Die Polizei stellte auch fest, dass der Autoschlüssel fehlte. Offensichtlich hatte die Person, die am Steuer saß, den Schlüssel mitgenommen. Robert, der Bruder von Edward Dean, wurde zur Fundstelle des Autos gerufen. Die Ermittler bemerkten seine zahlreichen Anrufe und Nachrichten, was den Eindruck erweckte, dass er etwas vermutete. Robert berichtete, dass Edward Dean seit etwa einer Woche nicht mehr auf seine Anrufe reagiert und er nicht weiß, wo sie sein könnte. Allerdings hat er keine Vermisstenanzeige erstattet, was der Polizei merkwürdig vorkam. Robert erzählte auch, dass Edward Dean in der Nähe wohnte, zusammen mit ihrem Sohn Terry, der vielleicht weiß, wo sie ist. Nachdem der Fall des Verschwindens von Edward Dean Williams eröffnet wurde, riefen die Ermittler Terry zum Verhör, um den möglichen Aufenthaltsort seiner Mutter herauszufinden. Terry sagte, er habe seine Mutter vor etwa einer Woche das letzte Mal gesehen. Sie erwähnte, dass sie für ein oder zwei Tage aus der Stadt fahren würde, aber sie sagte nicht, wohin genau. Terry machte sich keine Sorgen, da sie oft wochenlang nicht zu Hause war. Als die Ermittler mit Robert sprachen, teilte er besorgniserregende Informationen mit. Robert erzählte, dass seine Schwester vor einem Jahr ihren Ehemann verloren hatte und immer noch nicht über diesen Verlust hinweggekommen war. Vielleicht konnte sie den Verlust nicht verkraften und plante etwas Schlechtes. Die Ermittler beschlossen, dieser Theorie nachzugehen und kontaktierten die Töchter von Edward Dean, um mehr über ihren Zustand zu erfahren. Die jüngere Tochter Anne wurde zum Verhör gerufen. Sie sagte, dass ihre Mutter manchmal weinend anrief. Und auch Freunde bestätigten, dass Edward Dean mitten in der Nacht anrufen und weinen konnte. Auch die ältere Tochter Tabitha wurde zum Verhör gerufen. Tabitha wies sofort die Vermutung zurück, dass ihre Mutter etwas Schlechtes planen könnte. Sie wohnte in der Nähe und sah ihre Mutter oft. Tabitha sagte, dass ihre Mutter sich sehr auf ihren Abschluss freute und nicht einfach so verschwinden konnte. Wenn Edward Dean plante, kurz wegzufahren, hätte sie ihrer Tochter dies auf jeden Fall mitgeteilt. Von Anfang an verdächtigten die Ermittler Robert, den Bruder von Edward Dean. Sie fragten Tabitha, ob ihr Onkel etwas mit dem Verschwinden ihrer Mutter zu tun haben könnte. Aber sie wies diese Möglichkeit. Entschieden. Zurück. Robert stand täglich mit seiner Schwester in Kontakt. Und als sie aufhörte, auf seine Nachrichten und Anrufe zu reagieren, zögerte er, eine Vermisstenanzeige zu erstatten. Die Ermittler fragten sich, warum er nicht sofort zur Polizei ging, als sie nicht mehr erreichbar war. Während die Polizei ermittelte, bat die Familie von Edward Dean die örtlichen Bewohner um Hilfe. Anne und Tabitha traten in den lokalen Nachrichtensendungen auf, in der Hoffnung auf Unterstützung bei der Suche. Tabitha glaubte bis zum Schluss, dass ihre Mutter gefunden würde und zu ihrem Abschlussball kommen könnte. Am 11. Dezember 2011, zwei Wochen nach dem Verschwinden von Edward Dean Williams, erhielt die Polizei einen Hinweis auf unbekannte Beweise, die auf einer illegalen Mülldeponie am Stadtrand gefunden wurden. Es stellte sich heraus, dass es sich um die vermisste Edward Dean Williams handelte. Die Deponie befand sich etwa einen Kilometer von ihrem Haus entfernt und ihre Kleidung war schmutzig. Die Ermittler informierten die Familie über den Fund. Die Töchter nahmen die Nachricht schwer auf und wollten zunächst nicht glauben, was passiert war. Als der Fall der vermissten Person in eine Strafuntersuchung überging, schloss er sich ein Ermittler aus der Abteilung für schwere Verbrechen der Untersuchung an. Das erste, was sie taten, war, den Bruder von Edward Dean, Robert, erneut zu befragen. Man nahm ihm eine DNS-Probe ab, aber die Ermittlungen bestätigten seine Unschuld. Bei der Befragung erklärte Robert, wie eine große Menge Bargeld in Edward Deans Handtasche gelangte. Er sah seine Schwester zuletzt am 27. November, als er ihr auf einem Flohmarkt half. Die 3000 Dollar, die in der Handtasche gefunden wurden, waren Einnahmen aus dem Verkauf von Gegenständen. Die Ermittler überprüften alle Spuren und Protokolle, die vor dem Fund der Beweise erstellt wurden. Es stellte sich heraus, dass die Autoschlüssel von Edward Dean verschwunden waren und niemand wusste, wo sie sein könnten. Bei einer der Befragungen fragte der Ermittler Tabota, wie die Schlüssel ihrer Mutter aussahen. Tabota erinnerte sich, dass der Schlüssel an einem Anhänger in Form eines Sterns mit der Figur Betty Boop hing. Sie stellte auch ein Familienvideo zur Verfügung, auf dem diese Schlüssel zu sehen waren. Die Polizei war sicher, dass sie den Täter finden könnten, wenn sie die Autoschlüssel entdecken würden. Währenddessen untersuchte der Ermittler das Protokoll des Verhörs von Edward Deans Sohn Terry, um zu verstehen, wie sie ihre letzten Tage verbracht hatte. Terry erzählte, dass seine Mutter etwa zwei bis drei Wochen vor ihrem Geburtstag eine kleine Reise unternahm. Am Samstag, den 27. November, eine Woche bevor das Auto gefunden wurde, hörte er zufällig ihr Telefongespräch. Edward Dean sagte, ich vermisse dich, ich kann dorthin kommen und wir sehen uns. Terry vermutete, dass sie mit einem Mann sprach, mit dem sie möglicherweise eine romantische Beziehung hatte. Er fügte hinzu, dass er diesen Mann nie gesehen, aber mehrmals gehört hatte, wie seine Mutter mit ihm sprach. Aus seinen Aussagen ging hervor, dass Edward Dean möglicherweise eine neue romantische Beziehung hatte, die sie geheim hielt. Nach diesen Aussagen begannen die Ermittler ihr Privatleben zu untersuchen, um herauszufinden, mit wem sie sich traf und welche Beziehungen sie hatte. Während der Untersuchung erfuhr der Ermittler von einer ungewöhnlichen Leidenschaft Edward Deans, die zu neuen Verdächtigen führen könnte. Sie liebte es, Lastwagen zu fahren, nahm oft ihren Hund mit und genoss einfach die Fahrt. Die Ermittler stellten fest, dass sie vor einigen Jahren einen Lastwagenfahrer namens Wayne Black kennengelernt hatte. Obwohl sie damals mit Michael verheiratet war, wurden Edward, Dean und Wayne enge Freunde. Ihre Kinder missbilligten diese Freundschaft, da sie es seltsam fanden, dass ihre Mutter neue Freunde fand, während ihr Ehemann Michael bei der Arbeit war. Trotzdem wandten sich Edward Deans Töchter an Wayne Black um Hilfe, als ihre Mutter verschwunden war. Black sagte jedoch, dass er keinen Kontakt zu Edward Dean hatte und nicht bei der Suche helfen würde, was den Töchtern seltsam vorkam. Sie hielten ihn für den besten Freund ihrer Mutter und vermuteten, dass sie mehr verbannt. Die Ermittler vermuteten, dass zwischen Wayne Black und Edward Dean romantische Beziehungen bestehen könnten und luden ihn zu einer Befragung ein, um herauszufinden, wann und wo sie zuletzt Kontakt hatten. Ermittler waren überrascht über Waynes Geständnis während des Verhörs. Er berichtete, dass er Edward Dean in der Nacht vor ihrem Verschwinden gesehen hatte. Sie waren zusammen auf einem Konzert in der Stadt Florence, South Carolina. Nach dem Konzert kehrte Edward Dean nach Hause zurück. Gegen ein Uhr nachts rief sie Wayne Beck an und sagte, dass sie zu Hause sei und sich mit ihren Hunden im Bett ausruhe. Sie dankte ihm für den schönen Abend und sagte, dass sie sich schon lange nicht mehr so gut gefühlt habe. Dann verabschiedeten sie sich. Wayne erzählte den Ermittlern, dass er nach dem Konzert wegen Geschäften weggefahren sei und nicht nach North Carolina zurückgekehrt sei. Er legte sein Fahrtenbuch, GPS-Koordinaten und Bewegungsdaten vor. Die Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf eine romantische Beziehung zwischen Wayne Beck und Edward Dean, nur freundschaftliche. Wayne Beck wurde von der Liste der Verdächtigen gestrichen. Er wies die Polizei auch auf einen neuen möglichen Verdächtigen hin. Edward Deans zweiten Ehemann und Vater ihrer beiden Töchter, Anne und Tabitha. Edward Deans zweite Ehe war schwierig. Ihr Ehemann war autoritär und glaubte, dass alle ihm gehorchen sollten. Ständige Streitereien und Konflikte prägten ihr Familienleben, was sich auf die Erziehung der Kinder auswirkte. Besonders verärgert war er über Edward Deans Sohn, Terry, den er für einen Rüpel hielt und nach seinen eigenen Vorstellungen erziehen wollte. Er wollte nicht, dass Terry bei ihnen wohnte und sprach jeden Tag darüber mit Edward Dean. Sie versuchte zwischen ihnen zu vermitteln und sich bei ihrem Sohn zu entschuldigen. Nach jedem Konflikt bat Terry seine Mutter, ihren Mann zu verlassen, aber sie blieb jedes Mal. Edward Dean glaubte, dass sie den Mann zum Besseren ändern könne. Aber schließlich endete ihre Ehe mit einer Scheidung, als die Mädchen noch klein waren. Nach dem Umzug in eine andere Stadt und einer neuen Ehe fühlte sich Edward Dean immer noch schuldig gegenüber Terry. Der Ermittler beschloss herauszufinden, ob Williams Ex-Mann in den Vorfall verwickelt sein könnte. Aber die Untersuchung ergab, dass der zweite Ehemann nicht schuldig sein konnte. Er war immer bei der Arbeit und sein Aufenthaltsort war bekannt. Er hatte ein hieb- und stichfestes Alibi. Die Polizei arbeitete mehrere Wochen lang weiter an dem Fall. Ein Monat verging, aber es gab keine Fortschritte. Im Januar 2012 erhielt die Polizei einen neuen Hinweis. Edward Dean arbeitete an ihrer Dissertation am örtlichen College und ihre Betreuerin berichtete von einem beunruhigenden Gespräch, das sie kurz vor ihrem Verschwinden geführt hatten. Es stellte sich heraus, dass Edward Dean sich Sorgen machte, dass ihr Sohn zu ihr ins Haus ziehen würde. Die Ermittler wollten herausfinden, warum sie sich so über die Rückkehr ihres Sohnes sorgte. Die Polizei befragte nahestehende Personen von Terry, einschließlich seiner Ex-Frau Tara Kennedy. Tara erzählte, dass ihr Familienleben mit Terry sehr problematisch war. Sie bemerkte seine Eifersucht und Aggression, wenn sie mit anderen Männern sprach. Tara glaubte, dass Probleme in den Beziehungen zu seiner Mutter und seinem Stiefvater Terry beeinflussten und ihn gewalttätig machten. Die Polizei kehrte zur Durchsuchung in das Haus von Edward Dean Williams zurück. Als sie ankamen, sahen die Ermittler, dass Terry Sachen im Hinterhof verbrannte. Er hatte auch wichtige Dokumente und Gegenstände, die mit Michael Williams zu tun hatten, zerstört. Das weckte Verdacht bei der Polizei. Terry mochte Michael nicht und versuchte, seine Sachen loszuwerden. Während der Durchsuchung im Haus fanden die Ermittler Schlüssel von Williams' Auto. Sie konnten nur dort sein, wenn er sie selbst mitgebracht hätte. Terry wurde verhaftet, weigerte sich jedoch mit den Ermittlern zu kooperieren und schwieg. Die Polizei vermutete, dass es am 28. November zu einem Konflikt zwischen Williams und Terry kam, der zur Tragödie führte. Terry beschloss dann, die Beweise zu beseitigen, setzte sich ins Auto und fuhr es fünf Kilometer vom Haus entfernt, um die Ermittler in die Irre zu führen. Terrys Schwestern, Anne und Tabitha, waren schockiert über seine Tat. Vor Gericht bestritt Terry seine Schuld und behauptete, einer der Verehrer seiner Mutter sei schuldig. Am 23. November 2015, an dem Tag, an dem Edward Dean 54 Jahre alt geworden wäre, erklärten die Geschworenen Terry für schuldig und verurteilten ihn zu lebenslanger Haft. Die Angehörigen von Edward Dean Williams können immer noch nicht glauben, dass ihr Sohn Terry, der so lieb schien, so etwas tun konnte.